Jeder kennt diesen Augenblick, jeder hat ihn schon mal gesehen. Wir haben eine komplett neue Form der mobilen Toilette ins Leben gerufen, das Öklo. Mein Name ist Nico Bogianzidis und ich darf euch das nicht riechende, luxuriöse Öklo vorstellen, das man sogar in einem Lift aufbauen kann. Ja? Nico, bist du schon fertig? Ja, ich komm gleich. Da warten wir auf dich. Ah, ja, ich tue geschwind noch was Gutes für unsere Umwelt. Oh, Gutes. Oh, Gute. Oh, Gutes. Oh, Gutes. Oh, Gutes. Untertitelung des ZDF, 2020